Ja hallo und herzlich willkommen zur RAW Review vom 21.12.2015 Mein Name ist mir Freund und am anderen Seite ist der Mischa Ja guten Abend fast schon Halb 5 Ich hab RAW geschaut und Was ich davon gehalten hab werde ich am Ende erwähnen Mal sehen Genau das werden wir auf jeden Fall am Ende sehen Ja es sind ja heute die Slammys Also die Slammy Awards Die es ja jährlich gibt und so weiter und so fort Die werden wir natürlich auch ansprechen Und auch unsere Meinung dazu geben was wir denken Also ganz normal halt und Wir haben eventuell geplant Das steht jetzt noch nicht ganz in die Schiene Ihr kennt es ja wahrscheinlich von Talk of Honor Dass es ja diese Year-N-Awards gab Und eventuell machen wir es auch Ob es jetzt letztendlich kommt oder nicht Und wann es genau kommt das wissen wir noch nicht Es ist noch leicht in Planung Aber ja Soviel kann man dazu sagen denke ich mal Ja also man kann schon mal sagen Dass es kommen wird Aber nicht mehr dieses Jahr Das kann man auch schon sagen Neujahr aber ein genauer Termin Steht noch nicht fest Genau also auf jeden Fall Wird es wahrscheinlich kommen Und ja Wird denke ich mal ganz cool Denn ihr könnt Euch auch natürlich auch beteiligen Bald Aber da werden Später Jonas Denk ich mal Nähere Informationen geben Und heute widmen wir uns hier natürlich Den Slammys Letzte Woche gab es ja eine Gute Raw kann man sagen Manche sagen eine der besten Raws des Jahres Manche sogar die Best Raw des Jahres Ob es die beste Raw war Weiß ich gerade nicht genau Aber eine der besten kann man schon sagen Die war echt stark Bis auf das Ende Aber darüber haben wir schön diskutiert Leider kriegt ihr die Ausgabe nicht Weil da ein kleiner Fehler unterlaufen ist Aber ich fand die Diskussion Letzte Woche echt cool Ja Ja man kann vieles erzählen Man kann sagen Dass die Diskussion drei Stunden ging Aber das kann niemand bezeugen Weil wir kein Material haben Stimmt Aber in Wahrheit ging es nur eine halbe Stunde Aber auch gut Ja aber das war schon Also man kann sagen Die Raw Review ging eine halbe Stunde Und die Reigns Diskussion am Ende Ging auch nochmal eine halbe Stunde Also das war schon ziemlich Interessant Und intensiv Ja Das ging schon in Feindschaften rein Also man sieht schon Dass wir auch schon eingetötet haben Und zwar den John Rest in Peace Nein Spaß Spaß Ja genau Deshalb ist er auch diesmal nicht da Genau Aber ich würde mal sagen Nachdem wir jetzt Zur letzten Raw eine kleine Review gegeben haben Also was wir da fanden Also ich war ja gegen diesen Titel gewinnen Oder ich fand den Titel gewinnen scheiße Du fandst ihn gut Aber ich will jetzt diese Diskussion Jetzt nicht ganz aufgreifen Und Perfekte Überleitung ist Es gab ja Videos dazu Wo man die ganzen Geschehenes Mal letzte Woche Ja quasi einen kleinen Rückblick hatte Auf die ganzen Sachen Mit McMahon und Reigns Und dann halt dieser Titel gewinnen Da wollte ich gerade die Überleitung bringen Und da glaubst du sie mir Ich wollte gerade kommen Apropos Reigns Ja Promo Opening Promo Mal wieder Authority Stephanie McMahon Repräsentant Stand im Ring Mit Roman Reigns War nichts besonderes Die Promo Also Stephanie McMahon Hat ein bisschen rumgejammert Hat Stand im Ring Roman Reigns hat erwähnt Dass sie Dass er letzte Woche Ihren Vater gekillt hat Und vor einer Woche Ihren Ehemann Und Ich glaube er schaut Kein NXT Weil da Schwachsinn im Ring Das fand ich so geil Er sagt So seitdem Haben wir nicht mehr wieder gesehen Und ich denke mir so Hm Lief da nicht letzte Woche NXT Ja er schaut halt Kein NXT Ne Er hat ja auch keine Ahnung Was gutes Talent ist Shoot Shoot Ähm ja Dann Stephanie McMahon Ne Roman Reigns Sagt Stephanie McMahon Verhält sich wie ein kleines Mädchen Oder wie ein kleines Kind Und Verlässt den Ring Stephanie McMahon Angepisst Und schreit ihm hinterher Er wird gegen New Day antreten In einem Tour-in-One-Match Und Dean Ambrose wird gegen Sheamus in einem Steel Cage-Match Antreten Was der Main Event sein wird Wäre es okay Wenn ich mir den Kommentar einfacher Spare für diese Opening-Promo Es war halt Eine Authority-Promo Ja Und natürlich auch Reigns Der einfach Ich will nichts mehr zu Rome Reigns sagen Und sing jeder Ich bin so ein Hater oder so Aber Naja Also Wenn ich den Vergleich ziehen könnte Und zwar Nicht den Main Event Sondern die Anfangs-Promo Von letzter Woche Die fand ich gut Die fand ich echt stark Sowohl von Stephanie McMahon Roman Reigns hat seinen Charakter gut rübergebracht Also einfach diesen Badass Und hier Ja das war Hier fand ich aber Wieder so Das Problem ist nur Sie hatte wenig Inhalt Die Promo Ich muss aber sagen Prinzipiell wenn man darüber redet Oder wenn man die Promo zusammenfasst Was passiert Kann man sagen Stephanie McMahon hat zwei Matches angekündigt Für Raw Das war's Ja wenn man so zusammenfasst Äh zusammenfasst Genau Aber Wenn ich mir überlege Man hat diesen Charakter-Change gemacht Den ich ja gelobt habe Bei der letzten Raw Und meiner Meinung nach Hat man ihn bei der Ähm Raw Main Event zerstört Und dann bei Smackdown Also ich hab nur das gelesen Ich hab's nicht gesehen Weil ich mir dachte Ich guck mir diesen Bullshit nicht an Wurde auch so dargestellt Nicht so wie ein Badass Einfach wie einfach Ein Superman Einfach Cena 2.0 Und Man hat einfach das Was man bei TLC aufgebaut hat Diesen Badass Diesen Diesen Charakter-Change Den er einfach gebraucht hat Muss man einfach so sagen Hat man bis der Scheiß umgesetzt Also man hat's gut angefangen Aber Wie man es bei der WWE gewohnt ist Scheiße umgesetzt Für mich Meiner Meinung nach Kann ich nicht beurteilen Ich gucke Weder lese Noch Smackdown Also Smackdown juckt mich einfach Gar nicht Okay Egal Kommen wir zu Juckt einen gar nicht mehr Dorf Sigler kam heraus Ähm Für die erste Für den ersten Slammy des Abends Für den Breakout-Star Auf die Gier Kurz mal Wer war nominiert Ja Nominiert war Talente einfach Nominiert waren Talente Also das kennt man ja So Neulinge kann man sagen Und zwar war es einmal Kevin Owens Charlotte Neville Tyler Breeze Und Braun Strowman Ähm Ich muss sozusagen Zu den ganzen 5 Leuten Also Braun Strowman Von dem halte ich nicht so viel Aber von den anderen 4 Halte ich schon sehr viel Und finde die gut Aber hier geht es ja darum Wer letztendlich Ja gut abgestimmt hat und Breakout Star of the Year, der Gewinner war Neville. Stopp, stopp, stopp. Stopp, okay. Ja, wir sollten mal ein bisschen auf die Leute eingehen. Achso, ja. Nicht einfach raushauen, wer gewonnen hat. Okay. Also man kann erst mal sagen, verdient oder rein logisch gewesen wäre es, wenn einfach Charlotte oder Kevin Owens gewonnen hätten. Ja. Stopp. Das Jahr seines Lebens. Der einfach Cena besiegt hat und den IC-Titel geholt hat. Charlotte hat den Women's-Titel geholt und hat Nikki Bellas Rekordregentschaft besiegt. Tyler Breeze hat nix gemacht, Braun Strowman hat nix gemacht und Neville hat nix gemacht. Er war, okay, ne, Neville würde ich schon sagen, hat was gemacht, aber ich würde es nicht im Vergleich ziehen zwischen Kevin Owens und Charlotte. Also da ist er auf jeden Fall drunter. Er war im Elimination Chamber-Match. Er war Zweiter beim King of the Ring. Hat er verloren. Genau. Zweiter beim King of the Ring und, ja. Also auch nicht, aber... Ja, da war nix. Er hat aber nix irgendwie geschafft. Er hat keinerlei Erfolge eingefahren. Klar hat er mal ein Match gewonnen nebenbei, aber nix, was Prestige hat. Er hat King of the Ring gewonnen, er hat keinen Titel gewonnen, er hat keine großen Pay-Per-View-Matches gewonnen. Nix. Genau. Und ich habe den Gewinner gerade schon gesagt, aber ich denke mal, diejenigen, die Raw gucken, wissen natürlich auch, wer der Gewinner war. Und zwar war es Neville. Ganz überraschend, wir haben gerade über ihn gesprochen. Neville hat diesen Award gewonnen. Meiner Meinung nach unberechtigt. Er hat so selber gesagt, dass er es überraschend findet, dass er gewonnen hat. Und, ja. Wie gesagt. Meiner Meinung nach wäre es für mich Kevin Owens gewesen. Zu 100%. Gut, ähm. Ja, gut, was noch passiert. Sickler und Owens haben sich gebrault. Punkt. Genau. Und Kevin Owens hat dann... Wir haben halt weiter eine Fede. Ja, und Owens hat sich noch geäußert, dass er eigentlich den Award verdient hätte, was ich, wie wir schon beide gesagt haben, zustimmen kann. Und, ja. Genau. Dann... Opener war scheiße. Kane gegen Bray Wyatt. Ja, es war das gützeste Match am Abend, kann man sagen. Mit 58 Sekunden. Und es ist geendet via DQ, weil der Rest der Wild Family eingegriffen ist. Dann kam Tommy Dreamer. Dann... Tommy Dreamer und die Dudleys machten den Save und dadurch kam ein 8-Man-Tag-Team-Match zwischen den Whites, Kane, Dudleys und Tommy Dreamer. Ohne Rhino diesmal. Ja, das ging 2 Minuten 50 und war auch scheiße. Ja. Schade eigentlich, weil ich finde, man hätte eigentlich ein längeres Match machen müssen, machen sollen, damit man dadurch den Sieg von den Whites besser... Also, es hätte Whites noch mehr gebracht, als dieser Sieg. So wie letzte Woche. Mich hat das Match nicht gejuckt. Ich habe es halt laufen lassen. Ich hätte es genauso gut skippen können. Da hätte ich genauso viel mitgekriegt. Oder genauso viel Interessantes mitgekriegt. Die Whites jucken mich nicht mehr. Die sind einfach langweilig. Bray Wyatt genauso. Die sind einfach alle scheiße momentan. Schon seit einem Jahr oder so. Kane ist schon seit 5 Jahren Kacke. Und die Dudley und Tommy Dreamer sind ganz okay. Ja. Kann man so sagen. Genau. Da würde man sagen, geht noch nicht weiter. Und zwar gab es den nächsten Award. Und zwar den LOL Moment of the year Slammy. Und zwar präsentiert von Santino Marella. nominiert Waren. Ja. Ja. New Day. Genau. New Christian. Die Bushwackers. The Miss. Triple Eight und R-Truth. Und Stephanie McMahon. Die waren auch dazu. Genau. Ja. Triple Eight und Stephanie McMahon. Die R-Truth. Okay. Genau. Was ist da passiert? R-Truth hat ein kleines Comedy-Segment gehabt. Und zwar ging es ja um die Meinung, Arnie DeBank-Koncheck und A-Truth kam rein und sagt, dass er es gewinnen wird. Und dann hat Kane gesagt, dass er gar nicht im Match ist. Und er sagt, oh, mein Fehler. Tschüss. Action Christian hat ein... Das gab es doch schon mal irgendwann. Ja, um den... Das hat er mehrmals gebracht. Ne, so hatte ich es zweimal. Das hat er beim WWE World Heavyweight-Title gemacht. Einmal. Ja, bei ihm Elimination Chamber oder so, oder nicht? War der nicht da drin? Ich glaube, der war ein... Der war doch drin, oder? Punk war, glaube ich, im Ring und Jericho oder so. Und dann kam er raus. Ich glaube es zumindest. Ich weiß gar nicht mehr. Aber irgendwo, ich glaube, bei einer Elimination Chamber und dann halt bei Money in the Bank Match. Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall. Ähm, dann... Action Christian Hatten ein kleines Backstage-Segment mit New Digab, wo sie Kasu gespielt haben. Auch cool. Die Bushwackers einfach ihre Hall of Fame-Rede. Ich habe sie mir angehört und ich fand sie unterhaltsam auf jeden Fall. Fand ich auch gut. Äh, Demis und Damien Senders, Nai Agra-Werbung. Ne, ja gut, okay. Äh... Dazu sage ich erst mal nichts. Ähm, und dann New Day. Äh, Tanzen mit Triple H und Safety Man. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ja. Das ist halt mal wieder ein... Ein Filler-Award, der niemandem was bringt. Ähm, aber gut. Arthroof hat gewonnen. Ja, genau. Arthroof hat gewonnen. Wen hättest du ihn gegeben? Da hab ich nicht drüber nachgedacht. Ist mir ganz ehrlich zu egal gewesen. Ich hätt's allen gegeben, außer Demis und Damien Sender. So viel kann man sagen. Ich hätt's wahrscheinlich New Day oder so gegeben. Ja, dann, ähm... Ja, gut. Was danach passiert ist... Ja. Ja, Backstage, das ist der Weihnachtsmann. Ja. Nee, nicht das. Ich meinte eigentlich, was mit dem Award passiert ist. Ach so. Ja, nee. Soll ich nicht erwähnen? Nee. Nee, nee, da ist nichts passiert. Okay, gut. Ja, dann... Ähm... Paul Heyman. Genau. Und zwar präsentierte er den nächsten Award, und zwar den Oh My God of the Year. Nummeriert waren Saffron's Cash-In bei Wrestlemania 31, die Wyatt Family attackierten Undertaker bei Hell in a Cell, Brock Lesnar's F5, ähm... gegen Michael Cole bei der Raw nach Wrestlemania, also generell der ganze Brawl, Kalistus Salida del Sol durch die Date bei WWE TLC, und der Cash-In von Sheamus bei der Survivor Series. Ja, alles, äh, gute Momente, gut. Ich fand, äh, Kalistus Salida del Solspot hier deplatziert, den hätt ich eher bei Extreme Moment reingemacht. Aber es war auch ein Oh My God-Moment, also... Ja, klar, auf jeden Fall. Also, es war an sich zwei Sachen, weil... es einfach krass war. Also, man hat... Ich hab... Als ich das live gesehen, dachte ich mir so, Alter, der zieht das doch nicht wirklich durch. Und dann zieht er das so einfach durch. Und das ist gefährlich, dieser Move. Der hätte... so eine kleine... kleiner Fehler passieren können. Das hätt so viel kosten können. Und der war richtig gut ausgeführt. Auch... relativ safe. Natürlich ist das schon ein harter Move, aber... Ich denke, man weiß nicht, was ich meine. Aber an sich, anderen Sachen fand ich auch alle super. Okay, der Sheamus Cash-In fand ich jetzt nicht so geil, wie der Rollins Cash-In natürlich. Aber... der war auch nicht schlecht. Deswegen fand ich alles super. Ähm... Ich fand's okay. Also... Wäre jetzt Kalistus nicht drin, hätte ich Seth Rollins geholt. Ja. Ja. Undertaker-Wights war mir zu dumm. Kalisto war, wie gesagt, verdient gewonnen. Brock Lesnar war geil. Ja. Und Sheamus war auch scheiße. Also, White-Family fand ich auch geil, weil's einfach so ein Schocker war für mich. Und ich hab damit nicht erwartet, dass sie wirklich das durchziehen. Also, dass es wirklich passiert. Deshalb fand ich's okay. Und Gewinner, wie wir schon gerade gesagt haben, war Kalisto mit dem Zalita del Zoll. Er bedankt sich noch und wird weitermachen und höher fliegen als je zuvor. Ja, Kalisto ist einer der Junge... Kalisto ist ein Junge, der auf jeden Fall hoffentlich eine gute Zukunft haben wird. Apropos hoffentlich jemand mit guter Zukunft. Kevin Owens gegen Dorf Zickler. Was für eine Überleitung. Yes. Das erste ordentliche Match bei Raw und wenn ich mir die Karte so angucke, wahrscheinlich auch das einzige. Äh, nicht ganz. Ja, nicht ganz. Ne, der Wenni-Wint. Ja, war ein gutes Match. Kevin Owens gewinnt dieses Match, kann man sagen. Und zwar via Pop-Up Powerbomb. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber irgendwie fehlte noch was davor. Irgendwie, oder? Das Match war okay. Ja, das Match war auf jeden Fall... Also es war... Natürlich hatten sie bessere Matches und... War Match of the Night, das kann man sagen. Ja, 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 ja. Kann man auf jeden Fall so sagen. Aber ich gucke mal kurz mal mit einem anderen Bericht durch, weil irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt noch was. Ähm... Moment. Was fehlt denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas fehlt was. Ich weiß auch nicht, warum ich so denke, aber... Ich weiß, was fehlt. John Cena! Nein. Äh... Ach genau! Kevin Owens stand im Ring und hat keine Entrance bekommen. Stimmt. Ja, das stimmt. Das... Das fiel mir noch ein. Er wurde überraschend scheiße dargestellt bei dieser Ausgabe. Außer halt, er hat gewonnen, aber ansonsten halt sah ich schon ziemlich bescheuert aus. Das... Äh... Ist richtig. Entschuldigung, ich wurde ein bisschen wütend, aber okay. Aber... Ey. Also... Kevin Owens wurde richtig letzte Woche so geil dargestellt. Man hat dieser bei der War fast alles richtig gemacht und dann... Und bei SmackDown fand ich auch das Ende auch geil mit Kevin Owens, Ziggler und, äh, Ambrose. Und dann kommt sowas, also... Aber das Match war auf jeden Fall okay. Kevin Owens hat gewonnen. Das ist die Hauptsache auf jeden Fall. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und... Ja. Ich denke mal, mehr müssen wir zu diesem Match nicht sagen. Stephanie McMahon, ähm, übergibt den nächsten Award und zwar für den Superstar des Jahres. Mich wundert... eigentlich war es ja immer so, dass Superstar auf dir immer das letzte war meistens. Und diesmal kam es so früh, das hat mich echt überrascht. Muss ich sagen. Ja, sonst kommt er immer im Main Event eigentlich. Oder vor allem Main Event. Genau. Und wie du schon erwähnt hast, alle waren nominiert und... Ja, wurde natürlich ein kleines Video gezeigt. Was total bescheuert ist. Ja, das stimmt, weil an sich könnte es auch Heath Slater sein und er hat es nicht verdient. Aber, ich muss sagen, mit dem Gewinner bin ich einfach schon nicht darüber, wir gehen jetzt nicht die ganzen Superstars durch, weil... Ja, da könnte man nennen, wer es theoretisch verdient hätte. Und da werfe ich einfach mal so ein Namen ein, wie Roman Reigns, Seth Rollins, Brock Lesnar, ich würde auch Undertaker vielleicht noch mit reinschmeißen, auch wenn er nur drei Matches oder so hatte. Oder vier von mir aus und zwei von denen nur gewonnen hatte. Oder... Wie viel hat er gewonnen? Drei? Warte. Zwei? Zwei glaube ich. Er hatte sechs, er hatte sechs Matches gehabt. Nee, drei gewonnen, glaube ich. Er hat drei, nee, der hat fünf gewonnen und eins verloren. Wat? Hauschus. Ja, gegen Brock Lesnar hat er verloren. Er hat... Ach, Hauschus hat er zugezählt. Ja. Hauschus. Es war nicht schwer, die Undertaker-Matches aufzuzählen, also... Ja, aber ich hätte vielleicht trotzdem mit reingeschmissen, weil ansonsten einfach niemand anderes da war. Und natürlich John Cena würde ich noch mit dazunehmen. Und das wären so die Kandidaten. Also für mich wären es Seth Rollins, auf jeden Fall, Kevin Owens, Dean Ambrose, John Cena, Cesaro, Undertaker, Brock Lesnar, ähm... Ich glaube, das war's. Rome Reigns? Nein. Finde ich nicht. Ja, nee, das muss... Also rein sachlich muss man den reinnehmen. Ist egal, ob du den magst oder so, aber rein sachlich muss der da eigentlich dazu. Also, er kann nominiert sein, aber ich würde ihn nicht wählen. Also, da hätten es für mich... Ja, nee, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, jetzt so rein sachlich, wer das verdient hätte. Verdient hätte es für mich nicht, aber man kann ihn nominieren. So viel sag ich. Ähm... Ja. Gewinner wurde Seth Rollins. Und... Ich war glücklich, ihn zu sehen. Er kam raus mit guten Props, kann man sagen, und hielt dann eine kurze Promo, wo er... Mit Krücken? Wie bitte? Mit Krücken? Richtig. Und war immer noch schneller als Standard-Taker? Machen wir mich nicht wütend. Ja, Seth Rollins. Ich bin auf jeden Fall glücklich, ihn wieder zu sehen, aber es ist schade, dass er jetzt ausfällt. Er hat so eine Promo gehalten, das war eine Mischung aus Edge und Triple H. Ich fand die aber geil. Triple H hat damals aus zu 2001, 2000, 2001 so eine Promo gehabt. Er wird sich halt komplett neu, also rebuilden, das kann man so dumm übersetzen ins Deutsche, er wird sich neu zusammenbauen. Neuer finden. Das ist jetzt dumm an. Aber er wird sich halt rebuild und reclaim what's rightfully his, also der WWE-Titel. Sowas hat er halt gesagt. Es ist halt schon ziemlich identisch mit dem, was Triple H damals in der Promo hatte. Und die beiden kann man gut vergleichen, finde ich. Ich denke, Rusev Reunz wird früher oder später dann zurückkommen. Wird hoffentlich, also ich gehe von aus, also er wird ordentlich Pops ziehen, wie er es hier auch gemacht hat. Er hat auch keine Heal-Promo gehalten. Ne. Also er hat eine wirklich neutrale Promo gehalten. Er war zwar trotzdem arrogant, aber arrogant sind ja nicht unbedingt immer die Heals. Richtig. Und er hat halt gesagt, ja, er wollte sich erst bedanken, er wollte erst rauskommen und sich bedanken, aber ganz ehrlich, es gab keine andere Alternative als ihn. Er hat eine geile Leistung gegen Cena und Lesnar beim Rumble gebracht. Er war gleichzeitig US- und WWE-Champion und er hat natürlich den Koffer bei WM 31 im Main Event eingelöst. Genau, was auf jeden Fall ein Oh-My-God-Moment war, weil man damit nicht erwartet hat, dass ein Mann in der Bank-Kofferdreger bei WrestleMania einkäst, weil es noch nie passiert ist. Und Seth Rollins war der Erste, der das machen durfte und das war auf jeden Fall sehr, sehr geil und ja, war eine super Promo meiner Meinung nach, neutral, wie du schon gesagt hast und ich denke mal, wenn er zurückkommt, wird er als Face zurückkommen, weil ich glaube nicht, dass er als Heal zurückkommt, weil er halt einfach, wenn er zurückkommt, sehr abgefeiert wird. Auf jeden Fall. Ja, und für mich verdient, ganz klar. Also für mich gäbe es keinen anderen, selbst keinen Undertaker. Also ich würde ihn zwar nominieren, aber ich hätte ihn nicht gewählt, weil er war zwar präsent, er war zwar nicht schlecht, das kann man sagen, aber wenn ich Seth Rollins in dem Jahr vergleiche, hat es natürlich Seth Rollins meiner Meinung nach mehr verdient. Okay, kein Kommentar. Gut, da kommt der Undertaker-Fan aus mir raus. Ne, dann gab es eine Ankündigung und zwar wird nächste Woche John Cena wieder zurückkommen und wird sein US-Title-Match kriegen gegen Alberto Delerio. Ja. Ja. Super. Das ist so, John Cena halt, er muss alle zwei Jahre ein Match gegen Delerio bestreiten und gewinnen, sonst stirbt er. Und meistens überraschend oft tritt er gegen Delerio an, nachdem er von einer Verletzung kommt. Stimmt. Also 2013 war das ja schon so bei Hell in the South, glaube ich, damals. Und bei Hell in the South 2015 hat Delerio auch seinen Titel gewonnen. Ist das Match ein US-Titel-Match? Ja. Oh Gott, ich sehe es kommen, wie die League of Nations reinkommt und Cena tötet und dann kommt Roman Reigns und er kommt mit dem Superman-Punch, schlägt er auf den Ringboden und die Erschütterung haut die League of Nations von den Beinen. Ach, das wird schön. Und dann ist der Main Event 4-on-2-Handicap-Match, John Cena und Roman Reigns gegen die League of Nations, 60-Minute-Iron-Man und Cena und Reigns gewinnen 10-0. Ich gucke gerade auf meinen Bildschirm mit offenem Mund und denke mir gerade so, wo bin ich gerade? In der Realität. Ich wette mit dir, das wird kommen. Mit Cena gegen Del Rio antritt, die League of Nations greift ein und Reigns und Ambrose oder so machen den Save. Das wird passieren. Oh Gott. Und die Raw werde ich mir wahrscheinlich auch noch live anschauen. Also... Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich die letzte Raw live gesehen habe. Ich glaube, die letzte war die Raw nach WrestleMania. Die letzte bei mir war... Die Raw... Diese Woche wahrscheinlich. Die Raw vor Hell in a Cell. Oder nach... Ne, nach Hell in a Cell. Die Raw. Ja, das ist doch auch schon eine Weile her. Ja, das stimmt. Davor hatte ich halt Schule und Schule geht halt vor, ne? Und die Raw's danach waren nachher nicht so Bombe. Aber gut. Wir haben jetzt über John Cena gesprochen. Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir... Und über als Bertrand del Rio haben wir gesprochen. Der jetzt auch ein Match hatte. Okay. Dann reden wir über der Rio. Dann nicht über John Cena. Mann. Ich wollte immer mal Lieblings-Superstar sprechen. Wir werden nächste Woche genug über Cena reden. Und über Reigns. Und über Ambrose. Und über das Team of Doom. Und über Undertaker. Ja, genau. Der kommt auch wieder. Okay. Genug mit Späßen. Jetzt kommen wir zum Ernst. Es gab das Match Alberto del Rio gegen Jack Späger um den Non-US-Title-Match. Und es war scheiße. Also es war nicht scheiße, aber es war jetzt auch nicht irgendwie solide. Also es war unterdurchschnittlich. Es war okay. Es war okay. Es war okay. Drei von zehn Punkten. Jo, kann man so sagen. Kann man so sagen. Auf jeden Fall, ja. Der Rio gewinnt. Was für ein Wunder. Der muss ja natürlich gestärkt werden gegen John Cena. Und am Ende gab es noch. Und King Barrett war mal wieder da. Hey. Und ja. League of Nations. Na gut. Mehr will ich nicht sagen. Und am Ende gab es noch. Ja. Am Ende gab es noch einen Bro-Cake von Shamos. Oh, Shamos. Was? Shamos. Ich habe gerade irgendwie die Gedanken gehabt mit Samoa Joe. Also Samoa Joe. Shamos als Samoana. Warte. Geil. Holo. Geil. Geil. Irgendwie habe ich gerade. Shamoa Joe. Shamoa Joe. Oh Gott, ey. Ich habe gerade die Gedanken gehabt als mit Cena erwähnt. Das habe ich irgendwie gedacht. Bitte, lass zum Auto kommen. Gut. Apropos John Cena. Oh. Du mit deinem Überleih. Es ist heute unglaublich. Es ist so einfach. Die WWE bietet mir mit den Slammys so eine gute Vorlage. Da muss ich mal Lob an die WWE aussprechen. Wahrscheinlich das einzige Lob an dieser Raw-Ausgabe. Okay. Es ist schon fantastisch. Ja. Der nächste... Mark Henry präsentiert den Award, der zum ersten Mal vergeben wurde, der keinen Sinn macht, der vergeben wurde, damit John Cena ein Award bekommt. Der All of Us wahrscheinlich Wortspiel durch US und US. Hero in All of Us. Ja. Ja. Und nominiert waren Natalia, Roman Reigns, The Big Show, Jawohl, Titus O'Neill und John Cena. Und der Gewinner ist... John Cena. Ja. John Cena war natürlich... Kurze Erklärung. Ja. Kurze Erklärung. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es gibt halt über das Jahr verteilt immer solche Make-A-Wish-Kram oder solche Hilfsorganisations-Kram und da haben die halt alle daran teilgenommen und ja, die gaben jetzt in eine engere Auswahl, wer am besten Wünsche erfüllt. Super. Ich glaube, Jonas war froh, dass er diese Raw-Ausgabe nicht angeschaut hat, denn ich glaube, sein Kopf wäre explodiert, wenn er das gehört hätte und das gesehen hätte. Und ich kann es verstehen, weil ey, was hat Charity in einer Wrestling-Show zu suchen? Nix. Nix. Vor allen Dingen damit auch noch so zu spielen oder quasi schon einen Superstar damit overbringen. Also es hat jetzt nichts mit John Cena zu tun, aber mit allen, die da dran teilgenommen haben, egal wer gewonnen hätte, hätte ich genauso gesagt, aber man versucht irgendwelche mit hilfsbedürftigen Leuten irgendwie Wrestler over zu bringen und gibt denen auch noch einen Preis. Hier, jawohl, du hast so und so viel hilfsbedürftigen Leuten geholfen. Ja, also sorry, aber damit soll man einen Superstar overbringen? Nein, man muss mit anderen Dingen overbringen und ich sehe es schon bald kommen, bald macht man es auch mit Roman Reigns. Ah Gott. Äh, nächster Slammy Award, der wieder übelst trashig war und wacky war. Boat Dallas kam im Weihnachtskostüm raus, Moment, warum auch nicht? Moment, 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 Moment. Davor wurden noch, ähm, Slammys verteilt an die Snap Pre-Show gab, obwohl ich sagen müsste, diese Matches hätte ich eher gesehen, als er zum Beispiel in ein Hero in Us oder sonstige Sachen. Und ich sage jetzt mal ein paar Awards, die stattfanden. Und zwar gab es einmal die Rivalität des Jahres Best Original WWE Network Show, Double Cross of the Year und Extreme Moment of the Year. Ähm, dann kann man zu dem Match of the Year sagen, die Nominierten war einmal das Match John Cena gegen Brock, Seth Runds beim Roy Rommels 2016. Sting gegen Triple H bei Westmänner 31. Hahaha, also, da muss ich lachen, als ich das gesehen habe. Ja, das, wohne ich auch. John Cena gegen Kevin Owens bei Elimination Schämer, ja, okay. Echt? Wann ist das bei Money Bank? Nicht? Also, Stato, Wann ist das bei Money Bank? Ja doch, aber die haben Elimination Schämer genommen. Finde ich gut, weil man wenigstens den Sieg von Kevin Owens gezeigt hat. Das ist das einzige Positive. Und das Match war natürlich stark. Dann Roman Reigns gegen Dolph Ziggler, gegen Kevin Owens, gegen Alberto de Rio bei der Raw vom 26. Oktober 2015. Und, zuletzt natürlich noch das Hell in a Cell Match bei Hell in a Cell 2016, äh, Quatsch, 15, und zwar Undertaker gegen Brock Lesnar. Ja, ähm, ich versteh's, ich, ich blick's. Okay, da ist er jetzt weg. Ähm, ja, dann erzähl ich mal ganz kurz. Also, an sich, Punch-A-Matches kann ich zustimmen. Also, Brock Lesnar gegen Undertaker berechtigt. Oh, jetzt funktioniert sein Skapfel, wenn er nicht. Ne, bei mir. Geil, das Internet funktioniert bei mir nicht. Dann sehen wir uns gleich in der Werbeunterbreche wieder. Bis dann, grösch euch. Ich bin doch wieder online. Frag mich nicht, was das war, aber irgendwie hat man Internet abgestürzt, obwohl alles ging, nur Skype nicht. Okay, na ja, gut. Ähm, ja, dann machen wir halt weiter. Wo war ich gerade laut Ausnahmeaufnahme? Ne, ich hab, äh, was, wie bitte? Wo war ich gerade laut Aufnahme? Du warst irgendwie, also, ich hab die Matches gesagt, und dann wolltest du was sagen, aber ich werd jetzt erstmal sagen, wir sind jetzt wieder zurück, weil ich hab jetzt, okay, quasi Unterbrechung gemacht. Ähm, so Leute, wir sind wieder zurück aus der Werbeunterbrechung, und da würde ich sagen, setzen wir direkt mal fort, wo wir waren. Genau, ich war gerade bei den Match of the Year und hab gesagt, warum kein NXT-Match drin ist, obwohl Sascha Banks gegen Bayley besser als fast jedes Match auf dieser Nominierung war, außer Brock Lesnar, Cena, Rollins, das würde ich sagen, war noch besser. Ähm, aber ansonsten war es besser als jedes einzelne Match da, und ich, ich versteh's einfach nicht. Man muss auch dazu sagen, dass NXT gar nicht berücksichtigt wurde, also, man hat ja keine einzige NXT-Sache reingebracht, was ich schade finde, auf jeden Fall, und kann dir auch zustimmen, also, dass es Cena, Lesnar war, kann ich, äh, Quatsch, äh, Taker, Lesnar war, okay, kann man verstehen. Ich hätte auch nicht schlimm gefunden, Ja, das kann ich verstehen. wenn man auch Cena, Lesnar, Rollins, oder Cena gegen Owens, hätte ich auch verstanden, wenn man's Ding gegen Triple H gemacht, hätte ich die Welt nicht verstanden, weil, sorry, das Match war nicht gut, also, es war nicht schlecht, aber, wenn ich Matches sehe, die wir dieses Jahr hatten, war es, kein Match of the Year-Kandidat, und NXT kann ich auch zustimmen, also, da gab's so geile Matches, ähm, und für mich wäre Match of the Year nicht Lesnar, Cena und Rollins, für mich wäre es, tatsächlich, Bayley gegen Sasha Banks bei NXT Takeover, Respect, dieses 30 Minutes Ironman, oder Ironwoman Match, bei mir wäre es das von Brooklyn gewesen, okay, das fand ich stärker, also, ich fand beides gut, aber ich fand Respect besser, also, leicht besser, aber, beides sehenswert, die waren beide natürlich geil, aber, wie gesagt, ich fand das eine besser, wenn ich jetzt insgesamt Match of the Year treffen würde, würde ich wahrscheinlich auf das Triple Threat Match beim Royal Rumble tendieren, ja, also vom, also ich, ich sag mal so, es weiß, ich kann da jetzt nicht ganz objektiv sein, weil, ich fand Lesnar gegen Taker stark, ich fand aber auch das Royal Rumble Match, also das Match beim Rumble auch richtig stark, mich hätte es nicht gestört, dass es Lesnar wurde, aber mich stört es auch nicht, dass es Taker gegen Lesnar wurde, gleich so. Ja, absolut, also ich kann auch damit leben, das wäre wahrscheinlich so, wenn ich nur die WWE betrachten würde, wäre wahrscheinlich Undertaker gegen Lesnar zweit oder drittbeste Match und wahrscheinlich auch die beste Fede, was sie auch gewonnen haben, also die beste Rivalität, haben sie auch gewonnen, kann man schon sagen. Ja, kann man auch direkt mal dazu kommen. Wenn wir mal ehrlich sind und mal zurückblicken ins, ja, was gab es denn groß für Rivalitäten? Ja, wir können mal ganz kurz zu dem, was eine gute Überleitung ist, dazu, zur Rivalität des Jahres kommen, ich weiß nicht, ist die als, nee, die ist, äh, Quatsch, äh, oh, da habe ich irgendwie ein Slammy falsch gemacht, weil, was denn? Match of the Year kommt ja später in der Raw, ich habe es vertauscht, eigentlich kommt Rivalität des Jahres als WWE exclusive, weil, naja, ist ja egal, egal, ist ja nicht schlimm, auf jeden Fall Rivalität des Jahres war ja, ähm, einmal Raw Reigns gegen Bray Wyatt, John Cena gegen Rusev, Team Bella gegen Team Bad, gegen Team PCB, Randy Orton gegen Seth Rollins und Brock Lesnar, gegen Undertaker, aber wenn man jetzt vergleicht, was es für Fäden gab, Cena Rusev, Schrott, finde ich, also ich fand sie nicht gut, Bella, Bad und PCB, hat man gut angefangen, aber schwach beendet, Randy Orton gegen Seth Rollins, fand ich nicht schlecht, die war nicht stark, aber ich fand sie nicht schlecht, also ich fand sie okay, Reigns gegen Bray Wyatt, war eine gute Mid-Cut-Fäde, kann man sagen, also sie war auf jeden Fall auch nicht schlecht, äh, hat man auch gut beendet, mit dem Hell in the Cell Match, und Tiger gegen Lesnar war gut, also das Problem war bei dem, bei der Fäde einfach, sie haben nicht oft aufgetreten, aber wie sie es rübergebracht haben, wie sie es aufgebaut haben, war gut, und war für mich auch verdient, die beste Fäde des Jahres. Ich hätte einfach noch, äh, zum Beispiel Seth Rollins gegen Dean Ambrose mit reingeschmissen, weil die ja auch über drei Monate, glaube ich, eine Fäde nochmal wieder hatten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, hätte ich auch mal. Was ich wesentlich stärker fand, als PCB, und was weiß ich, und Sheamus, ne Quatsch, Sheamus war gar nicht dabei, aber als Rusev Sina, Rusev Sina kann ich verstehen, dass es drin ist, es ging um den US-Titel, es ging über, bestimmt drei, vier Monate, das war okay, die Matches waren okay, das war insgesamt eine solide Fäde, aber Reigns gegen Wyatt, also ernsthaft, das war scheiße, also ohne Spaß, das war so schlecht, fand ich. Die Matches waren, ja, ich fand's nicht schlecht, ich fand's nicht schlecht, also ich fand die Fäde, wie gesagt, nicht schlecht, also ich fand sie nicht, also es war, eine ordentliche Midcard-Fäde, hab ich ja schon erwähnt. Vielleicht liegt's einfach an meinem Hass für Bray Wyatt, weil er mir einfach seit einem Jahr auf den Sack geht. Ähm, okay, da würde ich mal sagen, leg dich nicht mit Jonas an, aber ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, aber Take A, naja, gehen wir mal zum, ja, Take A lesson, haben wir es verdient. gehen wir mal zur besten, äh, WWE Network Show, was, warum wir, denke ich, gab's da irgendwelche Auswahlmöglichkeiten? Ja, und zwar Breaking Ground, Table for Three, WWE 24, Swerved, und der Stone Cold Podcast. Gewinner? Okay, also da, äh, ja, warum man denkst, den Gewinnern jetzt sagen, das kann sich jeder denken. Ja, das ist natürlich, äh, Total Die, nein, ähm, Stone Cold Podcast, obwohl ich sagen, ich hab mir alle Network Specials mir angeguckt, und ich fand WWE 24 super, also es war richtig geil, also, wie man WrestleMania 30 das gezeigt hat, oder, von NXT Brooklyn, fand ich geil, Swerve war eine coole Comedy, also, ihr habt meinen Humor gut getroffen, Table for, Table for, Drei, fand ich auch cool, ähm, weil man einfach da auch mal ein bisschen, Upsets von den Wrestlern her sieht, auch mal ein bisschen, so Hintergrundwissen kriegt, das ist auch sehr, sehr geil, das ist ein Breaking Ground, einfach, von NXT, aber Stone Cold Podcast, fand ich am besten, würde ich sagen, verdient. Ja, Double Cross of the Year, genauso scheiße, also, das war auch wieder, das hat Damien Misdau, ja, Leute, und, da gab's zusätzlich, neben Damien Misdau noch, Jon Stewart hat, Johnson in den US-Title gekostet, Randy Orton turnte, gegen Seth Rollins, Paige attackierte Charlotte, Becky Lynch und Stardust, man merkt die Busterei, und Stardust turnte gegen Goldtust, für mich wäre es, Randy Orton turnt gegen Rollins, weil diese, dieser Turn war geil. Ja, und man hat auch mit am meisten draus gemacht, Damien Misdau und Misdau war halt einfach nix, man hat da einfach, die hatten ein verkacktes Match bei Raw, darum, wer den Namen missbehalten darf, also, hey, was ist denn das? Wo ist jetzt Misdau? Der war backstage sogar, und hat ein Segment gehabt mit dem Misdau. Und der wollte Superstar of the Year werden? Ja, haha, genau, stimmt. Wo er gesagt hat, ja, ich bin später in der Auswahlmöglichkeit dabei, bei Superstar of the Year, und ich denke mir nur so, hä, was? Und dann habe ich gehört, ach ja, es ist ja jeder beteiligt. es hätte ja auch Eve Slater, Zack Ryder, oder Wade Barrett gewinnen können. Hätte auch ich sein können. Ja, hättest du auch du sein können. Okay. Würde ich mal sagen, gehen wir direkt weiter, und zwar zum letzten, äh, Award, was vorher bekannt war, danach kommen alle Awards, in der Show, und zwar der Extreme, Moment of the Year, Nominid waren, Saphones, Brach, John Cena's Nase, Undertaker und Brock Lanser's Brawl, bei der Raw nach Battleground, Luke Harper, Powerbomb Dean Ambrose durch die Leiter, bei WrestleMania 31, Roman Reigns, ja, verprügelt League of Nations und Triple H, bei TLC, und, Neville's, Diving Crossbody, von der Leiter, bei der Raw, am 11. Juni. War jetzt, nix, nee, das war bei SmackDown. Ne, bei Raw. Ne, das war bei SmackDown. Also hier steht Raw, in Schleswig-Holstein, in der Nähe, 11. Juni, bei Raw. Hat er den zweimal gezeigt? Also, der Schweizer hat er auf jeden Fall einmal gezeigt. Ja, das weiß ich auch, aber wahrscheinlich haben die den von Raw eingebracht. Ich hätte doch, ich hätte aber den Zalides, so noch da reingebracht. Ja, und hätte dabei, bei dem anderen OMG, hätte ich dann, Seth Rollins gewinnen lassen. Genau, aber man wollte, Seth Rolls nicht zweimal gewinnen lassen. Hö, 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 hö. Let's endlich, Roman Reigns hat er gar nicht gewonnen. Ja, und Roman Reigns, außer gut, die Scheiße hier, ja, okay. Roman Reigns gewann es, ich hätte es nicht Roman Reigns gegeben, sondern, Taker, also von den Nominierten her, Taker und Lesnar, mit dem Brawl, weil der Brawl war einfach geil. Also, der war richtig stark, der Brawl, zwischen den beiden. Und, wäre jetzt Kalisto dabei gewesen, hätte ich Kalisto den gegeben. Ja. Gut, jetzt kam Bo Dallas, Surprise Return of the Year, nominiert waren die Dudley Boys, Chris Jericho, also die Dudley Boys bei Raw, ähm, nach dem Summerslam, glaube ich, kommt es hin, ich glaube. Ja, bei der Raw nach Summerslam, richtig. Genau, Chris Jericho bei Night of Champions, Alberta del Rio bei Hell in a Cell, Demon Cain bei der Rentner Mania und Sting bei Raw, als die Statue da kam, von Seth Rollins. Genau, am 24. August. Ja, ähm, letztendlich, oder sollen wir schon den Gewinner, oder sollen wir noch was zu den ganzen Sachen sagen? Ja, also ich kann nicht großartig viel zu denen sagen, also, Chris Jericho, war geil, ist ein Return, der kommt dreimal im Jahr, aber damit hätte ich nicht erwartet. Alberta del Rio war ein Schocker, mit dem, das wäre sogar einer, wo ich sage, mit dem hätte ich am wenigsten gerechnet von allen. Mhm. Aber in der Kategorie mit Sting ist es klar, dass der da abkackt. Ja, also ich fand der Rio geil, weil man einfach damit nicht erwartet hat, mit Demon Cain, ja gut, äh, Crap. Nee, nee, hör mir auf mit. Dudley Boys fand ich übelst geil, weil ich damit auch nicht gerechnet habe, Chris Jericho fand ich auch geil, weil ich auch damit auch nicht gerechnet habe, weil ich dachte, wer wird es? Weil ich habe echt gedacht, es wird nur Eric Rowan und letztendlich wurde es Chris Jericho, was ich auf jeden Fall sehr, sehr geil fand. Also ich fand es alles geil, Sting Returns, ja, man muss aber sagen, mit dem Return hat man ungefähr gerechnet, weil man damit länger, äh, mit den Gerüchten kursiert hat. Aber allein vom Booking her, wie man es aufgebaut hat, war der Sting Return für mich auch am besten, den hätte ich wohl auch gewählt. Ja, ja, wäre doch, doch klar. Also ich hätte Sting, Chris Jericho, Dudley's und Delrio, Tizlemis gegeben. Also ich hätte allen, allen gegeben. Alle außer Kane. Genau, alle außer Kane. Und deshalb finde ich okay, dass man Sting jetzt den Award gegeben hat. Was auffallend ist für die Raw ist, es haben so viele Leute den Award gewonnen, aber sie haben teilweise nicht angenommen. Also, das ist gut. also nicht angenommen, also halt, es war nicht da. Genau. Wo wir jetzt auch dazukommen, das war nämlich der Running Gag der Ausgabe. Bo Dallas hat gesagt, ja, Sting hat gewonnen, aber natürlich ist er nicht da. Ich werde den Award für ihn annehmen und danke euch allen. bei wem gab es noch? Es gab es noch später dann, bei einem anderen Award, mit einem Filmstar und mit einer UFC-Fighterin. Und ehemaligen Champion. Keiner weiß, wer es ist. Ja, ehemalige, äh, ungeschlagener. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir gehen direkt weiter und zwar mit New Day. Ja. Was soll man dazu sagen? Also, sie kam raus, haben gesagt, äh, sie, also, sie waren, oder sie haben sich beschwert, dass sie bisher noch kein Award gewonnen haben und vor allem Tag Team auf die hier sollten sie doch dann gewinnen. Ähm, oh Gott. Ha, ha, ha. Ähm, Big E hat dann noch gedroht, den neuen Star-Boss-Film zu spoilern, ähm, aber Kofi hat dann eingeschritten und hat selber gesagt, er hat ihn selber noch nicht gesehen. Und das fand ich echt geil. Also, weil, ja, das war geil. Und gerade das passt auch auf unseren Kanal, muss ich ehrlich sagen. Weil, Jonas, das ja selber, ich hatte kurzzeitig echt überlegt, Jonas, Star-Boss zu spoilern. Aber ich glaube, er hätte mich dann aus seinem Leben verbannt. Ja, das glaube ich auch. Ich habe es lieber sein gelassen. er hat noch so in die, in die, in die Gruppe, in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, wenn ihr einer Star-Boss-Spoilert, der fliegt hier raus. Ich habe erst überlegt, das zu schreien. Dann wärst du aus dem Team rausgeflogen. Ja, da hätte ich, hätten wir hier, die Raw-Reviews dicht machen können. Oder ich mache es hier weiter in der Lage. Er mache ich so, ja, ähm, da ist sowas passiert, dann, ja, okay. Nein, nee, ich war es so nicht. Aber ich fand es geil, wie man es gemacht hat, weil es einfach so, zu uns auch, also auf den Kanal gepasst hat, weil halt, Jonas großer Star-Wars-Fan ist und Star-Wars halt viel kam letzte Woche mit der Star-Wars-Woche und dann auch mit Star-Wars-7. Deshalb fand ich es geil und da habe ich auch echt, kurzzeitig an Jonas gedacht, da habe ich mir so, hm, hm, hätte das jetzt sowas gesehen und dann hätten die echt gespoilert. Das wäre echt lustig gewesen. Da hätte Jonas, glaube ich, nie mehr wieder geguckt. Der hätte direkt wieder aufgehört, WWE zu gucken. Ja. Der wäre hingefahren und hätte die Bude abgefackelt. Genau, und da ja der Award gerade erwähnt wurde, kann man ja ganz kurz sagen, Tag Team of the Year, bevor wir sagen, was wir dazu finden, dass es die Usos wurden. Äh, ich gucke jetzt gerade, wo die Nominierten sind. Genau, und zwar waren es einmal die Usos, New Day, Primetime Players, Tyson, Kid und Cesaro und die Lucha Dragons. Ja, ähm, für mich, ehrlich gesagt, gibt's keine zwei Monate, es gibt nur einen einzigen Sieger, der berechtigt wäre, und zwar wären es einfach nur New Day. Das war genauso beschissen, dass die Usos gewonnen haben, wie letztes Jahr, wo Roman Reigns gewonnen hat, weil einfach die Usos halbe Jahr verletzt waren. Ja. Mindestens, sogar noch länger wahrscheinlich, seit WrestleMania. und die waren vielleicht effektiv vier Monate da, New Day war ein ganzes Jahr da, hatten diesen Charakter, haben in den Raws, wo es teilweise scheiße lief, und die hatten wirklich keine gute Raw-Ausgaben, haben sie die Shows nach oben gehalten, also hoch gehalten, und waren eine der Gründe, warum wir Raw geguckt haben. Vor allen Dingen, die Usos hatten, glaube ich, kein einziges Mal den Titel dieses Jahr. Den hatten ja die ganze Zeit nur Cesaro und Kid, oder halt New Day dann, oder halt Prime-Planplay erstmal zwischendurch. Ja. Aber ich glaube, die Usos hatten den gar nicht. Ne, die hatten den gar nicht. Oder? Ja, totaler Bullshit. Also wenn, dann halt nicht lang, dann vielleicht einen Monat oder so. Ja. Aber die New Day haben den ja schon seit drei, vier Monaten, mindestens. Länger, länger. Also ich würde mal sagen, Krapen und jetzt, jetzt der Title-One, aber die haben den ja schon seit Extreme Rules, oder Payback ungefähr schon gewonnen. Ne, zwischendurch, ich glaube, was kam nach Elimination Chamber? Ich glaube, bei Battleground oder so, haben die den ja verloren. Ja, genau, klar, klar, klar. Ja, ne, ne, nicht bei Battleground, sondern ich glaube, bei Elimination Chamber. Doch, Elimination Chamber. Payback oder so. Ne, bei Elimination Chamber haben sie verteidigt. Das war nämlich die Elimination Chamber. Stimmt, 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 Oder haben die den, oder haben die den da verloren? Ne, es war bei Mind in the Bank. Richtig, bei Mind in the Bank war es, wo es so überraschend war. Dieses Fünf-Minuten-Match. Ja, genau, ah je. Man denkt sich schon bei den Pay-Per-Views, dann denkt man sich, oh nee, das war so, 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 also es ist teilweise echt verwirrend. Aber auf jeden Fall, für mich wäre es ganz klar, New Day und die Usos haben es einfach nicht verdient. Und das war genauso ein Scheiß, wie letztes Jahr mit Roman Reigns. Genau, ähm, gehen wir zum nächsten Award? Ja, bevor wir dazu kommen, ich wollte nur sagen, wir wollen nicht die ganze Zeit von Reigns rumhalten, aber das passt einfach teilweise. Weil, man einfach gut vergleichen kann, weil es war einfach letztes Jahr nicht berechtigt, dass er Superstar auf die, aber für mich war es letztes Jahr, das, einerseits wäre es auch schwierig gewesen, weil einerseits, Daniel Bryan war ein halbes Jahr da, Brock Lesnar hatte nur vier Auftritte oder so gehabt, und sonst wäre mir keiner eingefallen. Also es wären entweder Daniel Bryan oder Brock Lesnar gewesen. Die einzigen, die es verdient hätten. Genau, nächste Award, Diva of the Year. Ja. Ähm, nominiert Nikki Bella, Naomi, Paige, Sasha Banks und Charlotte. Ja, gewonnen hat Paige. 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 Yes. Jawohl. Und Paige ist natürlich voll am Ausmarken und umarmt, Arthroof. ja, dann sagt Arthroof, ähm, ich hab mich verlesen, du hast nicht gewonnen. Was natürlich eine Anspielung auf das ist, was vor kurzem da passiert ist, irgendwie bei Miss Universe-Wahlen oder so, wo auch der Kommentator erst eine als Siegerin betitelt hat, aber dann eine andere gesagt hat, er hat sich verlesen oder so. und wirklich gewonnen hat er Nikki Bella, die den Preis für das beste Outfit gewinnt. Ja. Okay. Das Outfit des Jahres. Und, ja, sie umarmen sich und jubeln und, ja, man kann es verstehen, dass es... Nikki Bella ist auf einmal wieder Face. Genau, und, ja, man kann es verstehen, dass es Nikki Bella wurde, weil sie halt neun Monate lang den Titel gehalten hat. Absolut, die hat ja den Rekord gebrochen. Richtig. Sascha Banks macht keinen Sinn, weil NXT hat man ja, wie gesagt, rausgelassen und bei der WWE hat sie noch nichts gerissen. Leider. Paige hat den Titel nicht geholt, höchstens Charlotte hätte man noch nehmen können, aber wie gesagt, die hat den Titel ja auch noch jetzt so lange. Ja, Paige kann man auch noch sagen, die ist halt relativ präsent geblieben und hat ziemlich die Division auch teilweise hoch gehalten. Ja, aber sie hat ja nichts gewonnen. Das ist auch richtig. Also, das kann man irgendwo her verstehen. Ich hätte auch gerne Bayley gegönnt, weil Bayley hätte es für mich verdient, aber wie gesagt, NXT lässt man ja raus. Okay, dann hätten wir auch Sascha Banks reinbetonen müssen. Genau. Das nächste Match, wenn ich ehrlich bin, habe ich geskippt. Ja, ebenfalls. Leider, weil man überlegt, ich habe, ich habe es erst mal, also ich habe es mir angeschaut, habe mal geskippt, habe geguckt, wer gewonnen hat. Als ich die Gewinne gesehen habe, habe ich gedacht, das Match schaue ich mir nicht an. Was ist das für eine Scheiße eigentlich? Neville wird Breakoutstar, das ist der Breakoutstar auf die Year. Genau, er ist Breakoutstar auf die Year und verliert gegen Nusef. Ja. Muss man dazu noch irgendwas sagen, das ist, das ist, wenn ich dir sagen soll, auf einer Skala von Scheiße bis Megascheiße, wie Scheiße Raw war, dann würde ich dir einfach nur das zeigen. Und nach dem Match kassiert Neville noch einen Brokick, wie vorhin auch Jack Swagger. Das wird wahrscheinlich ein neues Face-Stable mit Jack Swagger und Neville und Roman Reigns und den Usos und Dean Ambrose. Ich habe ja gesagt, ich hatte gerade einen offenen Mund gehabt, ne? Ich habe es schon wieder. Können wir nicht NXT reviewen, bitte? Also manchmal denke ich mir so. Ja. Bitte verschiebt NXT auf Montag und lasst es auf Mittwoch auch. Dann haben wir zweimal die Woche NXT. Und dann auch jede Woche Takeover. Dann wären wir glücklich. Richtig, jeden Tag. Genau. Der nächste Slammy wurde vergeben. The Miz war diesmal am Start und hat den This is Awesome Moment verpasst. Nominiert waren hier Brock Lesnar, der den Cadillac von Ne, doch, Brock Lesnar, genau. Der den Cadillac von der J&J Security zerstört. Randy Orton mit dem RKO Out of Nowhere bei WrestleMania nach dem Curbstomp. Stephanie McMahon mit der Divas Revolution. The Shields Mini Reunion bei Payback mit der Triple Powerbomb gegen Orton. Und der Filmstar und die UFC-Fighterin konfrontieren die Authority bei WrestleMania. Genau. Falls du nicht wirst, wer die beiden sind, das ist The Rock und Ronda Rousey. Wollte ich nur mal sagen. Die Zahnfee. Oder Hobbs. Ähm, für die Fast and Furious. Oder Herkules. Oder, äh, Dwayne. Okay. Oder der Bösewisch von Fast and Furious. Ja, Hobbs. Ach, das ist Hobbs. Äh. Ja, ich kenne den Film, ich keine Ahnung. Ich hab den nie... Ey, was ist mit dir... Meine Güte. Nein, Spaß. Ich bin nicht so ein Filmtyp. Das ist mir scheißegal. Das ist genauso Latte wie Star Wars. Oder Herr der Ringe oder Harry Potter. Okay, du bist... Scheißdreck. Gut, dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns bei Mischa. Es war schön, dass du beim Team warst. Äh, ja, genau. Also, die zwei Filmleute da haben gewonnen und The Miz hat wieder den Running Gag gebracht und hat gesagt, hier, ich übernehme den Preis für meinen Hollywood-Kollegen und hat dann noch diesen einen Kack-Movie promotet, wie auch immer der heißt, ich hab's schon wieder vergessen, Bad Center oder sowas und hat gesagt, es ist der beste Movie aller Zeiten. Besser als, äh, Star Wars 7. Ja. Was nicht schwer ist, weil wahrscheinlich auch Kartoffelsalat besser ist. Genau. Ähm, ich muss aber sagen, zu den ganzen Momenten, die es gab, ich fand eigentlich alle geil, weil als die The Miz Revolution, als als diese Verkündung hat, fand ich geil. Was danach wurde, ist natürlich crap. Brock Lesers' Zerlegung war auch geil. Dieser Arke O war auch geil gemacht von, äh, Randy Orton. Ich hätte schon fast bei OMG-Moment mit reingepackt, einfach den Arke O. Das stimmt, das stimmt, aber das ist auch, das ist awesome. Also, das war auch awesome. Äh, und, ja, Brock und Ronda Rousey auch ein Gänsehaut für den überlegt. Ronda Rousey bei der WWE endlich mal zu sehen, sowas. Das war auch schon geiler Moment. Und die Triple Power war auch ein schöner Moment, wo man auch nicht gerechnet hat. Ja, deshalb, fand ich okay, dass das Brock und Ronda Rousey wurde, aber ich hätte es natürlich sehr gerne allen gegönnt. Jo. Okay. Match 7 am Abend. 7. Und es war noch lange nicht vorbei. Ähm, Becky Lynch besiegt Brie Bella nach 5 Minuten durch Submission. Genau, und ich war froh, Becky Lynch gewinnt mein Match clean. Ja! Wie ihr das angeht? Die hat ja jetzt irgendwie schon so eine Mini-Fede fast schon gegen Brie Bella, also die treten ja fast jede Woche gegeneinander an. Also bei SmackDown habe ich das mal gesehen, dass sie angetreten sind und letzte Woche bei Raw auch schon, glaube ich. Ja. Also die irgendwie nur noch. Mhm, aber ich hoffe, mit Becky Lynch macht man was Sinnvolles. Ich denke, man macht die Fede mit Charlotte. Und, ja, wie Brie Bella immer versucht mit den Yes-Kicks over zu kommen, ist immer wieder lustig. Man kann auch erwähnen, dass mal wieder Team Bad am Ring war beziehungsweise Backstage und sich das Match halt angeguckt hat. Aber ansonsten war da wieder nichts. Ich habe bei SmackDown gesehen, da waren die in der Crowd und haben Schilder hochgehalten für Becky Lynch. Das habe ich gesehen. Ja, das stimmt. Genau, und würde ich mal sagen, ja, man kann nicht dazu viel sagen, weil man abwarten muss, wie es in den nächsten Wochen mit Becky Lynch, Charlotte und so weiter weitergeht und da würde ich sagen, gehen wir direkt, weil ja Charlotte am Ring war, war natürlich auch der Vater da, Ric Flair. Ja gut, das haben wir ja schon gemacht eigentlich. Genau, mit Match of the Year, das haben wir schon erwähnt, wie gesagt, und Brock Lesnar und Undertaker haben ja gewonnen und das will ich aber trotzdem noch eingehen, weil Paul Heyman wieder da war und wieder eine, ja, halt eine Standard-Promo gehalten hat nach Paul Heyman-Maß. Ja, hat wieder erwähnt, dass er, dass der Undertaker auf die Fresse gekriegt hat und es wie einen Mann genommen hat und er ist dann noch Lesnars Erfolge durchgegangen und das war's, dann ist er wieder gegangen. Genau, und ich denke mal, Brock Lesnar wird auch bald wieder zurückkommen, er hat ja bei, äh, bei einem Live-Event ja ein Match gehabt zuletzt und hat's, wie er die Q gewonnen gegen den Rio, weil die League of Nations kam, hm, vielleicht sehen wir das Szenario auch bei John Cena, man weiß es nicht und, John Cena? Ja, genau, John Cena und, ja, ich freue mich schon ein bisschen auf Brock Lesnar und, ich bin gespannt, was der für eine Rolle spielen wird, ich hoffe immer noch instant, dass es Kevin Owens gegen Brock Lesnar bei Reson Man 2 und 30 gibt. Äh, nö. Also ganz kurz, ich glaub's nicht, also wenn, dann Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Ähm, egal, Backstage, ja, ne, Backstage überspringen, war scheiße, League of Nations und Joosos, scheißegal. Genau. Main Event, Dean Ambrose gegen Seamus Steel Cage, Match. Ja, war kein schlechtes Match. Es war auf jeden Fall nicht Match auf den Neid, aber es war nicht schlecht von den beiden. Zweitbestes Match des Abends, es gab die klassische Steel Cage Story, also es waren die Heals wieder am Ring, natürlich, und haben mehrfach Ambrose gehindert, den Käfig zu verlassen, später kam dann Roman Reigns raus, hat die Heals gekillt und hat dann Seamus daran gehindert, rauszuklettern. Cena 2.0. Und Finish war dann quasi, beide waren an der Außenwand, sag ich mal, also beide sind rausgeklettert, also Seamus und Ambrose und haben sich dann eine Kopfnuss gegeben und Ambrose ist dann runtergefallen und hat gewonnen. Weißt du, wenn ich mir so überlege, dass Dean Ambrose einfach etwas verpassen hatte lassen können und einfach dann runtergeflogen wäre, schon viel früher. So diese Logik, wenn ich überlege, weißt du? Ja. Wir haben auch den Breakout-Star, verlieren sie gegen Rusev. Ja. Diese Logik. Ja, und die Logik ist wieder, dass Roman Reigns wieder wie einst Superman dargestellt wurde, also... Yes, denn nach dem Match hat er nämlich noch Seamus den Spear verpasst und hat mit Dean Ambrose gefeiert. Und Roman Reigns zerlegt erneut die League of Nations. Und... Und dann kam noch ein Backstage-Segment, Stephanie McMahon was not amused und hat Tom Phillips verprügigt. Natürlich hat er das gemacht und dann hat man nur noch gesehen, wie er am Boden lag und Schmerzen hatte. Ach, die Billion-Dollar-Slaps sind ja immer noch schmerzhaft. Ja, ja, gut. Ja, ja. Das sind ja auch die Billion-Dollar-Slaps, übrigens Dean Ambrose wurde auch am Hinterkopf geklammert, hat sich eine Wunde zugeschlagen und ja, auf jeden Fall... Sechs Stische, glaube ich, oder irgendwie sowas habe ich gelesen. Genau. Ja, war hart, aber na gut. Raw endet mit einem feiernden Reigns und Ambrose und ich sage es jetzt mal, man hat mit Roman Reigns letzte Woche gut angefangen, Scheiße beendet und man macht Scheiße weiter, weil ganz ehrlich, was ich momentan sehe ist kein Roman Reigns, der Badass, sondern wie heißt es, John Reigns oder Roman Cena. Stimme steht zu. Ich würde sagen, ich habe vor der Ausgabe noch Off-Air gesagt, es war eine okaye Raw, aber jetzt, wo ich nochmal alles durchgegangen bin, habe ich so gemerkt, dass Raw ziemlich scheiße war. Aber überleg das letzte Woche die Raw. Die Slammys, ja, genau. So gefühlt, das war wieder, wie man Raw kennt, eine Woche ist richtig geil und die nächste ist wieder totaler Bullshit. Ja. Man hat es nur getan für Reigns einfach, also einfach versuchen, Reigns overzubringen und so weiter. Man hat es natürlich bei der Crowd geschafft und ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war auch kurzzeitig an Gedanken, Reigns zu mögen. Das war kein Schitz, ich habe echt gedacht, okay, Reigns überzeugt mich, hätten wir uns aber besser gebuckt. Und ich fand das Booking letzte Woche scheiße, wie man es weitergeführt hat, wie gesagt. Fand ich nicht gut und ich habe es auch mit Malte gesprochen, das ist ja nichts gegen Raw und Reigns persönlich oder so. Reigns ist ja an sich nicht schlecht, nur er ist für mich kein Main Event, er ist ein Mitkader und er tut mir auch vom Booking her einfach leid, weil er halt so dargestellt wird. Was soll er da machen? Ist ja genau wie bei Cena oder bei Seth Rollins damals mit dem World Title Run. Fazit. Ja, ähm, Raw war schlecht. Ich wollte es sehr schlecht sagen, aber sehr schlecht war es auch wieder nicht. Es war schlecht, es waren, was weiß ich, drei von zehn würde ich wahrscheinlich geben, sowas um den Dreh. Also eine fünf, fünf, ja, Note fünf. Die Slammys sind einfach prestigelos. Das war halt, die Matches bei dieser Ausgabe gingen ziemlich lange, ähm, außer der Open, der gegen eine Minute, aber ansonsten sogar Del Rio gegen Swagger, gegen sieben Minuten und, äh, also man hat halt einfach sehr, sehr viel Zeit versucht zu füllen, weil die Slammys natürlich nicht lange dauern, die Segmente, ja, und die Segmente an sich natürlich wie jedes Jahr. Die sind die Leute durchgegangen, haben gesagt, und your winner ist und dann kam der halt raus oder halt eben nett und das war's dann. Aber es gab halt, das war halt wieder so eine Ausgabe ohne Storyline, was einfach nicht, was einfach nicht sein sollte und sehr schlecht Raw. Ja, ähm, ja, es war auf jeden Fall keine gute Raw, das kann man auf jeden Fall sagen. Letzte Woche war eine starke Raw, womit man einen roten Faden hatte, den man von Anfang an geführt hat, bis zum Ende gemacht hat. Auch gut, oder schlecht ist es dann erstmal unabhängig. Man hat aber einen roten Faden gehabt, wo man einfach dran geblieben ist, was denkt, was passiert. Und hier hat mir der rote Faden auf jeden Fall gefehlt. Die Slammys, wie du schon gesagt hast, haben den Prestige nicht mehr. Ich fand die damals cool, weil die auch Free Prestige hatten und auch berechtigt teilweise auch Tag Teams, ähm, oder Sieger ausgewählt haben, äh, teilweise. Und dieses Jahr oder die letzten Jahre, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, stimmen diese Zuschauer, äh, stimmen oder nicht. Und ich finde es auch komisch, dass die WWE eigentlich nicht zeigt, wie viel Prozent es eigentlich immer sind. Weil mich das auch schon interessiert, wie viel Prozent es sind. Und die WWE wird es garantiert nicht machen, weil sie einfach die Votes manipulieren. Aber das denke ich mal klar. Weil, Raw and Superstar auf die haben letztes Jahr auch so viele gestimmt. Das glaube ich gerne. Ähm, beispielsweise nur. Oder, was weiß ich, äh, Usus werden Tag Team auf die hier. deshalb. von daher, man hat natürlich ein gutes Match gehabt mit Kevin Owens gegen, äh, Dolph Ziggler. Mit dem Main Event fand ich nicht schlecht. Äh, halt. Aber, was mich einfach stört, ist Reigns. Also, dieses Booking von Reigns stört mich einfach mit dieser Superman-Darstellung. Und, keine Stories aufgebaut. Und, ja, deshalb fand ich die Raw als Belang nicht so gut. Ja, damit würde ich sagen, haben wir Raw durch. Genau, wir haben Raw durch. Und, ja, heute Abend findet ja die SmackDown live statt. Ich werde es wahrscheinlich nicht live gucken, obwohl ich Ferien habe, weil, obwohl man sagen, es ist schon interessant, die SmackDown, weil es einerseits das IC-Title-Match zwischen Owens, Ambrose und Singler gibt und das Tag Team Mix. Kevin E. Owens. Was? Es wird ja wohl kaum einen Titel bei SmackDown wechseln, also ehrlich. Das guckt doch keine Sau. Ja, stimmt. Andererseits gibt es auch noch das Tag Team Match zwischen New Day und Lucha Dragons. Also, zwei interessante Matches und natürlich... Um den Titel? Ja, genau, um den Titel. Und, das sind zwei interessante Matches und ich werde es wahrscheinlich nicht live schauen, aber ich werde es auf jeden Fall mir anschauen, weil das, denke ich mal, gute Matches, oder auf jeden Fall gute Matches werden können. New Day und Lucha Dragons haben super Chemie und zu Kevin Owens, Dean Ambrose und Dolph Silber braucht man nicht viel zu sagen. Also, dass die alle drei gut sind, das wissen wir alle und deshalb, ja, freue ich mich auf die SmackDown. Am meisten freue ich mich natürlich auf NXT am Donnerstag, äh, beziehungsweise Mitte auf Donnerstag natürlich, ähm, zur Weihnachtszeit. Ob wir da eine Review schaffen, das wissen wir gar nicht, also, je nachdem, wie es die Zeit ist, aber vielleicht schon, vielleicht nicht, mal sehen. Auf jeden Fall freue ich mich auf jeden Fall auf NXT. Letzte Woche TakeOver war super und, ja, ich denke mal, NXT wird uns nicht enttäuschen. Na, ich kenne die Tapings. Also, so von den Matches her, glaube ich, netter, dass sie uns enttäuscht, ähm, weil auch ein netter, rothaariger Mann returnt. Ähm, Sheamus? Richtig. Sheamus wird NXT Champion, weil er seinen Money Bank Briefcase wieder einlöscht. Einlöst. Gut. Ja, das war's jetzt. Die Ausgabe ist jetzt hiermit beendet. Genau, das war's mit der Ausgabe. Schreibt natürlich auch mal in den Kommentaren, wie findet die Dior, würde ich die SEMs zu verteilen. Und, ja, natürlich werden auch hier Ende Worts kommen, äh, bald, also, wie sagt man Jonas so schön? Äh, so schön, genau, so schön stay tuned und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. 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 Ciao.